Wir spielen hier Jugga, das ist ein Teamsport und das ist so eine Mischung aus Rugby und Fechten. Und ein Spieler pro Team ist der Läufer, der hat kein Spielgerät, der muss sich so eine Art Ball holen und in ein Tor stecken und dann holt man einen Punkt für seine Mannschaft. Wir trainieren traditionelles Shotokan Karate mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, also die Kleinsten bei uns, die sind so fünf, sechs Jahre alt. Dr. Ja, so schön, was ihr denn? Na, ich hab auch noch. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Na, ich hab die Kleinsten abgesucht. Ich hab das. Das war's. Wir 들어�šiel. Wir sehen uns hier in der nächsten Mal. Oh, kim ist das? Vielen Dank.